Okay, guten Morgen. Wir waren bei Vektorräumen. Wir hatten Vektorräume eingeführt als Verallgemeinerung von k hoch n und haben gesagt, wir wollen uns von der geometrischen Anschauung nach und nach lösen und trotzdem Vektorrechnung machen, ohne dass wir uns unter Vektoren unbedingt Pfeile vorstellen wollen. Und haben dann gesehen, einige Begriffe übertragen sich sehr natürlich. Zum Beispiel der Begriff der linearen Abhängigkeit und der linearen Unabhängigkeit. Die kann ich für allgemeine Vektorräume ganz genauso definieren, wie wir das vorher für den k hoch n gemacht haben. Und das hilft uns jetzt dabei, ein bisschen von der Anschauung vom k hoch n in einem allgemeinen Vektorraum wiederzufinden. Und zwar soll es jetzt darum gehen, so etwas wie ein Koordinatensystem für einen allgemeinen Vektorraum zu erklären. Was soll das sein, ein Koordinatensystem? Können wir uns im r hoch n leicht was darunter vorstellen. Das sind irgendwie die Koordinatenachsen. Und das, was das Koordinatensystem ausmacht, ist, dass jede Koordinatenachse entspricht einem Einheitsvektor. Und jeder Punkt des Raumes lässt sich eindeutig schreiben als Linearkombination von diesen Einheitsvektoren. Und man braucht da aber nicht im r hoch n schon nicht einfach die Einheitsvektoren, sondern das geht mit anderen Vektoren auch. Und die Bedingung an die Vektoren, dass das geht, dass ich jeden Punkt erreichen kann, ist, dass es sich um ein sogenanntes erzeugendes System handelt. Also eine Menge B ist ein erzeugendes System für einen Vektorraum. Wenn ich jeden Punkt, jeden Vektor, jeden Punkt des Raumes erreichen kann, indem ich aus der Menge B einige Vektoren rausnehme und die geeignet linear miteinander kombiniere. Also Alpha mal dem ersten plus Beta mal dem zweiten und so weiter gibt den beliebig gewählten Punkt. Wenn ich jeden Punkt von V so als Linearkombination von Elementen von B darstellen kann, dann ist das B ein erzeugendes System des Vektorraums. Und das ist sowas wie ein Koordinatensystem, aber noch nicht ganz, sondern ein Koordinatensystem hat noch eine zusätzliche Eigenschaft, nämlich dass es keine Redundanz gibt. Und das ist dann der Zusammenhang mit dem Begriff der Linearabhängigkeit. Wir wollen nicht, dass es einen Punkt gibt, der mehrere Darstellungen hat, sondern wir wollen, dass die Darstellung eindeutig ist, dass jeder Punkt eine Darstellung hat, aber nicht zwei Darstellungen. Sondern ich will genau wissen, jeder Punkt hat genau eine Darstellung als Linearkombination aus den Koordinatenachsen-Vektoren. Und wenn das der Fall ist, dann sprechen wir nicht von einem erzeugenden System, sondern präziser von einer Basis. Also eine Basis ist definiert, da hatten wir das letzte Mal definiert, als ein linear unabhängiges erzeugendes System. Also die beiden Dinge kommen zusammen, linear unabhängig und erzeugendes System. Und dann hatten wir sehr lang diesen Satz bewiesen, also etwas mühevoll, der verschiedene charakteristische Charakterisierungen des Begriffs der Basis liefert. Und zwar haben wir gesehen, das was ich eben als geometrische Motivation gebracht habe, das ist hier der vierte Punkt. Jedes Element des Vektorraums lässt sich in eindeutiger Weise als Linearkombination von Elementen aus B schreiben. Und das ist gleichbedeutend damit, dass es eine Basis ist, das B. Und das ist nach Definition, wie gesagt, ein linear unabhängiges erzeugendes System. Und der zweite und der dritte Punkt, die drücken das jetzt jeweils nur bezüglich eines erzeugenden Systems bzw. nur bezüglich linearer Unabhängigkeit aus. Eine Basis oder eine Menge B ist nämlich genau dann eine Basis, wenn es ein erzeugendes System ist, das kleinstmöglich ist in dem Sinn, dass wenn ich irgendwas wegtue, dass der Rest dann kein erzeugendes System mehr ist. Und es ist gleichzeitig eine größtmögliche linear unabhängige Menge, in dem Sinn, dass wenn ich zu dieser linear unabhängigen Menge B noch irgendetwas hinzutue, was nicht schon drin ist, dann wird das Ergebnis etwas linear abhängiges sein. Das haben wir das letzte Mal gezeigt, dass das alles äquivalent ist. Das sind alles Möglichkeiten, wie Sie beschreiben können, was sich hinter dem Begriff der Basis verbirgt. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Der nächste Satz gibt jetzt auch einen interessanten Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen der linearen Unabhängigkeit und dem Begriff des erzeugenden Systems. Und der sagt etwas, wo man im ersten Blick vielleicht meint, das hatten wir eh gerade schon bewiesen, aber es ist nicht ganz richtig. Hier ist der Satz. Satz 41 sagt, wenn wir einen Vektorraum haben über einem Körper K und ich habe ein erzeugendes System, irgendein erzeugendes System, und ich habe eine linear unabhängige Menge, dann gilt, das erzeugendes System hat mindestens so viele Elemente wie die linear unabhängige Menge. Ja, das hängt ein bisschen mit dem vorherigen zusammen, weil wir haben gesagt, ein erzeugendes System, das kann ich immer größer machen, und irgendwo ist irgendwo das kleinste, und wenn ich das größer mache, dann wird es erst recht ein erzeugendes System sein. Während bei einer linear unabhängigen Menge ist es umgekehrt, da ist es so, wenn ich eine linear unabhängige Menge habe, dann kann ich von der was wegnehmen, und was übrig bleibt, ist dann erst recht linear unabhängig. Das heißt, je kleiner, desto eher linear unabhängig, und je größer, desto eher ein erzeugendes System. Und da passt das hier intuitiv sehr gut zusammen, die Aussage des Satzes, die sagt, ein erzeugendes System eines Vektorraums ist immer mindestens so groß wie jede linear unabhängige Teilmenge des Vektorraums. Es folgt aber nicht unmittelbar aus dem letzten Satz, denn wir müssen noch etwas arbeiten, weil hier ist keine Teilmengenbeziehung, interessanterweise, angenommen zwischen dem M1 und dem M2. Die müssen nicht einmal irgendwie einen Schnitt haben, oder das eine schon gar nicht in dem anderen enthalten sein. Trotzdem kann ich zeigen, wenn das eine ein erzeugendes System ist, und das andere ist linear unabhängig, dann muss das eine mindestens so viele Elemente haben wie das andere. Das wollen wir jetzt sehen, warum das so ist. Da muss ein Grund für gehen. Und der Grund ist, wie üblich, in einem Beweis kodiert. Und schauen wir uns das an. Also wir nehmen, also wir müssen zeigen, das erzeugendes System ist mindestens so groß wie die linear unabhängige Menge. Also zu zeigen ist, also schauen wir mal hin, damit wir nicht ständig hin und herblättern müssen. Wir wissen, M1 ist ein erzeugendes System, M2 ist eine linienunabhängige Menge, und zu zeigen ist, M1 ist die Anzahl der Elemente in M1 mindestens so groß wie die Anzahl der Elemente in M2. Und ja, wir machen einen Widerspruchsbeweis. M1, angenommen nicht. Dann gilt das Gegenteil. Dann muss das M1 kleiner sein als das M2. zahlenmäßig. Ich kann nochmal dann sagen, dann muss das M1 natürlich insbesondere eine endliche Menge sein. Und wenn die zweite Menge unendlich ist und das erste ist kleiner, dann ist es insbesondere eine endliche Menge. Weil wir verschiedene Grade von unendlich jetzt in der Vorlesung hier nicht unterscheiden wollen. Insbesondere ist der K dann endlich. Oh, und dann kann ich die Elemente von M1 einfach hinschreiben. Also etwa, dann kann ich rein, M1 ist gleich V1 bis VK. Das ist also irgend so eine Menge. So. Und das M1, haben wir gesagt, ist ein erzeugendes System. Und wir haben angenommen, und das wollen wir jetzt zu einem Widerspruch führen, dass das M2 mehr Elemente enthält. Also nach Annahme gibt es in M2 mindestens K plus 1 viele Elemente. Eventuell sogar noch wer, aber ich kann nochmal K plus 1 viele auswählen. Also seien sagen wir mal vielleicht W1 bis WK plus 1 Elemente von M2 M2 also verschiedene. Und wenn das M2 linearunabhängig ist, dann sind natürlich auch diese Elemente linearunabhängig. Das M2 ist ja eventuell viel größer, aber wenn ich aus dem alles wegwerfe, außer denen hier, dann ist das eine Teilmenge, und eine Teilmenge einer unabhängigen Menge ist immer unabhängig. So, und jetzt, wie hängen die zusammen? Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wie die miteinander zusammenhängen. Das M1 und das M2, da gibt es gar keine Annahmen. Ich weiß nur, das hier ist linearunabhängig, und das ist ein erzeugendes System. Aber in erzeugenden Systemen steckt ja was drin, was einen Bezug herstellt zu dem gesamten Vektorraum. Das erzeugenden System zu sein für das M1 bedeutet, dass ich jedes Element des Vektorraums darstellen kann als eine Linearkombination von Elementen aus M1. Also insbesondere diese hier sind ja Elemente von M2, und was die M1 und M2 zumindest mal gemeinsam haben, ist, dass die beide Teilmenge von V sind, von dem Vektorraum, von dem hier die Rede ist. Also da M1 ein erzeugendes System von V ist, gibt es irgendwelche Konstanten Alpha IJ in K für gewisse I und gewisse J mit, ja, so, ich kann das W1 darstellen als Alpha 1 1 V1 plus Alpha 1 2 V2 plus, plus, plus plus Alpha 1 K VK und das W2 kann ich darstellen als Alpha 2 1, also jedes von denen kann ich darstellen als Linearkombination von diesen Vs, die die Elemente von M1 sind. Ja, und alle insgesamt sind es K plus 1 viele, Alpha K plus 1 1 V1 plus, 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 plus Alpha K plus 1 K VK. Ich könnte das als Matrix aufschreiben, sollte ein bisschen vorsichtig vielleicht sein, aber betrachten wir mal die Matrix, die diese Alphas enthält, also für die Matrix A gleich Alpha 1 1 Alpha 1 K Alpha K plus 1 1 Alpha K plus 1 K die hat jetzt wie viele Zeilen, wie viele Spalten, die hat K plus 1 Zeilen, so viele wie es hier Ws gibt und K Spalten, so viele wie es Ws gibt. Also die lebt hier und für diese Matrix gilt, dass der ja, dass der der Rang von der Matrix, der kann höchstens K sein, weil der Rang ist beschränkt durch das Minimum von den beiden, das Minimum ist K. Das heißt aber jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob die einen Kern hat, weil die hat mehr Zeilen als Spalten, ich weiß aber, sie muss einen Co-Kern haben, also das muss gelten, daher muss gelten, der Kern von A transponiert ist nicht leer, weil A transponiert ist dann eine Matrix, die hat mehr Spalten als Zeilen und übersetzt in ein Gleichungssystem heißt das, das ist ein Gleichungssystem mit mehr Variablen als Gleichungen und das heißt, da gibt es auf jeden Fall einen Freiheitsgrad und damit ist der Kern da nicht einfach nur 0, sondern der Kern enthält tatsächlich etwas. Also der Co-Kern von A oder der Kern von A transponiert muss irgendetwas enthalten, dann nehmen wir so ein Element her, sei C1 bis C K plus 1 Element K hoch K plus 1 ohne dem Nullvektor so, dass, wenn ich das von rechts auf A transponiert oder von links auf A drauf multipliziere, C1 bis C K plus 1 mal A, dass das 0 ist. So einen Vektor gibt es. Und warum gibt es den nochmal? Den gibt es deshalb, weil es hier eine Zeile mehr gibt, als es Spalten gibt. Deshalb in der transponierten gibt es dann eine Zeile weniger, als es Spalten gibt und deshalb, wenn Sie den Kern ausrechnen und sich die Normalform vorstellen, dann muss es irgendwo, am Ende gibt es eine Spalte mehr, irgendwo muss es eine Treppenstufe geben, die ein bisschen länger ist, die mindestens 1 länger ist, als 1. Und aus der kriegen Sie dann einen Element des Kerns, einen Basisvektor des Kerns. Und da so einen nehmen wir daher und was heißt das dann? Das bedeutet, naja, das bedeutet doch, wenn ich jetzt nehme, dann gilt, ähm, 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 da geht, äh, was heißt denn das hier, wenn ich das hier, da so multipliziere, was ist denn das hier? ähm, c1 bis ck plus 1 mal a, alpha 1, 1 bis alpha, äh, 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 1 k, alpha m, äh, k plus 1, 1 bis alpha k plus 1 k, so, wenn ich das, äh, so, das heißt die erste, diese, diese, diese Zeile mit der ersten Spalte und diese Zeile mit der zweiten Spalte, und das heißt, das steht hier, ähm, ähm, da kommt ein etwas länglicher Vektor raus, äh, äh, mal mit den hinschreiben, nein, den mag ich nicht hinschreiben, es kommt, es kommt der Nullvektor raus, ähm, aber das bedeutet, für alle, äh, j, in 1 bis k, gilt, c1, alpha, eigentlich mal schreibe ich jetzt nochmal, wie hier die j 0 zustande kommt, die kommt hier von der, von dem Vektor, mal der j-ten Spalte, alpha 1, äh, j, plus, 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 ähm, c, ähm, k plus 1, alpha, äh, k plus 1, j, gleich 0. Okay, und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, und sage, ich nehme dieses Gleichungssystem, äh, und mal das hier, mal c1, mal c2, und so weiter, mal c, äh, k plus 1, und dann addiere ich die alle auf, was kommt dann raus, daher, dann kommt auf der linken Seite, kommt raus, c1, w1, plus, 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 c, k plus 1, w, k plus 1, und auf der rechten Seite kommt raus, naja, jetzt muss ich das hier für jedes V machen, also hier kommt raus, c1, und dann, das sind dann genau die Nullen hier, also da kommt raus, c1, alpha 1, 1, plus, 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 c, k plus 1, alpha, k plus 1, 1, mal v1, plus, c1, alpha 2, 1, plus, 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 c, k plus 1, alpha, k plus 1, 1, 2 mal V2 plus 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 C1 Alpha 1 K plus 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 C K plus 1 Alpha K plus 1 K mal VK. Und für die hier haben wir jetzt alle, die C ist gerade so gewählt, dass die Klammern hier alle 0 sind. Und 0 mal V1 plus 0 mal V2, das ist natürlich 0. Das ist ein Widerspruch, denn hier habe ich jetzt gezeigt, ich habe hier eine Linearkombination der Ws, die 0 ergibt. Und die Cs sind nicht alle 0, weil der Vektor, der die Cs enthält, ist nicht der 0-Vektor. Also es muss mindestens eins von den Cs nicht 0 sein. Also ist diese Menge, die die Ws enthält, linearabhängig. Das ist ein Widerspruch. Widerspruch zu was? Widerspruch zu dem, das war vorher gesagt, um diese Linie unabhängig. Okay, und zwar habe ich die ja gewählt, ausgewählt aus der Menge M2. Und die Menge M2 ist linearunabhängig. Das ist ein Widerspruch. Ja, aber das heißt, die Annahme, die wir gemacht haben, nämlich, dass das hier nicht gilt, sondern das Gegenteil gilt, die kann dann nicht stimmen, weil weitere Annahmen haben wir nicht gemacht. Wir haben Dinge ausgewählt und so weiter, aber nicht irgendwelche Annahmen gemacht, die wir nicht machen dürfen sonst. Na ja, und dann sind wir fertig. Dann haben wir das hier bewiesen. Haben wir bewiesen, das erzeugende System muss mindestens so groß sein, wie die linearunabhängige Menge. Und also was war nochmal zusammengefasst? Die Beweisidee. Die Beweisidee ist, ich nehme die linearunabhängige Menge und wähle aus ihr, wenn sie größer wäre als das erzeugende System, wähle ich mehr Elemente aus, als das erzeugende System groß ist. Die schreibe ich alle als Linearkombination von den Elementen des erzeugenden Systems. Und dann passiert etwas sehr Bemerkenswertes, obwohl wir hier von einem allgemeinen Vektorraum reden, von dem wir nicht wissen, wie der aussieht oder was die Elemente sind. Vielleicht sind da Funktionen drin oder Polynome oder irgendwas ganz komisches. Aber obwohl das V so etwas ganz Abstraktes ist, über das wir keine Annahmen machen, taucht hier im Beweis plötzlich etwas sehr Konkretes aus. Nämlich eine Matrix. Die Matrix, die lebt hier jetzt nicht in irgendeinem komischen abstrakten Raum, sondern das ist eine ganz explizite Matrix mit K Spalten und K plus 1 Zeilen. Und über die wissen wir ja was, weil da haben wir lange genug darüber geredet. Da haben wir dann Begriffe wie Rang und linearunabhängigkeit von Zeilen und wir wissen, wann hat das Ding einen Kern und so. Und aus dem haben wir dann gesagt, ja, für die Matrix, die Matrix stellt eine Beziehung her zwischen den Elementen von M1 und den Elementen von M2. Und weil ich weiß, dass die Matrix einen nicht leeren Co-Kern hat, aufgrund des Formats, kann ich mir daraus herleiten, eine lineare Abhängigkeit von den Elementen von M2, die aber gar nicht existieren dürfte. Und das wird jetzt noch öfter passieren, dass wir hier etwas über allgemeine Vektorräume aussagen können, indem wir es übersetzen in eine Angelegenheit im K hoch N. Und da kennen wir uns aus, da können wir das Problem lösen und dann übersetzen wir es wieder zurück in das allgemeine Setting und haben dann etwas bewiesen, eben nicht nur für den K hoch N, sondern für ganz beliebige Vektorräume. Also, das ist ein cooler Beweis. Oh, und das hat, nicht nur hat das Ding einen coolen Beweis, der Satz, sondern der Satz hat auch eine coole Folgerung. Und zwar die Folgerung, dass wenn ich zwei Basen habe, und das ist jetzt Satz 42, wenn ich einen Vektorraum habe über einen Körper K und ich habe zwei Basen, dann müssen die gleich viele Elemente enthalten. Je zwei Basen enthalten gleich viele Elemente. Ein Vektorraum hat im Allgemeinen mehrere Basen. Also, sagen wir mal, beim R2 fällt uns vielleicht zuerst die Basis 1, 0, 0, 1 an, ein. Also, das ist eine Basis. Ja, eben so, das sind die Koordinaten, die Vektoren, in die die Koordinatenachsen gehen. Aber, das ist nicht die einzige Basis. Ich könnte auch hier 1, 1 und 1, minus 1 nehmen. Dann hätte ich das Koordinatensystem gewechselt. Statt dem Standard-Koordinatensystem würde ich hier dieses Koordinatensystem nehmen. Und das ist genauso gut, weil jeden Punkt der Ebene kann ich auf eine eindeutige Weise erreichen, indem ich eine gewisse Länge in die Richtung gehe und dann noch eine gewisse Länge in die Richtung. Das ist genauso gut wie das andere. Das heißt, das ist eine Basis und das ist eine Basis. Und wir sehen, die haben beide zwei Elemente. Und das wird mir nicht gelingen, nach dem Satz hier, einen Vektorraum zu finden, der zwei Basen hat, wo die eine größer ist als die andere. Sondern Basen müssen immer gleich groß sein. Und das ist eine sehr leichte Folgerung, aus dem, was wir gerade bewiesen haben. Denn wir haben bewiesen, ein erzeugendes System ist immer mindestens so groß wie eine linearunabhängige Menge. Und das heißt, das B1 hier, das ist ja ein erzeugendes System und das ist eine Basis. Und das B2 ist auch eine Basis und als solches eine linearunabhängige Menge. Deshalb muss das B1 mindestens so groß sein wie das B2. Weil das B1 als Basis ein erzeugendes System ist und das B1 als Basis eine linearunabhängige Menge. Aber umgekehrt auch. Und weil also bei dem Basisbegriff linearunabhängig und erzeugendes System zusammenkommt, erzwingt das, dass sie den vorherigen Satz in beide Richtungen anwenden können. Und dann folgt daraus, dass die beiden gleich groß sein müssen, weil jede ist kleiner gleich dem anderen. Und das erlaubt uns jetzt die folgende Definition. Und zwar können wir jetzt definieren, was ist die Dimension eines Vektorraums. Dimension anschaulich geometrisch bedeutet, das was Sie erwarten würden, eine Gerade hat Dimension 1, eine Ebene hat Dimension 2, der Raum um uns herum hat Dimension 3. Aber was ist im Allgemeinen die Dimension eines Raums? Das können wir jetzt ganz präzise mathematisch sauber definieren. Und zwar sagen wir, ich nehme einen Vektorraum und will definieren, was soll die Dimension von dem sein. Vektorraum über einen Körper K. Und ich nehme einfach irgendeine Basis her von V und gucke, wie viele Elemente hat die. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das ist eine Zahl, eine natürliche Zahl, 0, 17, 23 oder sowas. Oder es ist nicht eine ganze Zahl, was eine unendliche Menge ist, das kann vielleicht auch vorkommen. Naja gut, okay, dann ist die Dimension eines Vektorraums eben entweder eine natürliche Zahl oder unendlich. Das steht dann hier. Also es ist einfach die Größe dieser Menge. Und das definiere ich als die Dimension des Vektorraums taucht. Das passt hier ganz gut mit der Intuition zusammen. Die Ebene hier ist zweidimensional, weil ich habe hier eine Basis, die hat zwei Elemente. Und beachten Sie, da kommt jetzt wieder das mit der Repräsentantenunabhängigkeit und mit der Wohldefiniertheit ins Spiel. Beispiel, der Begriff der Dimension hängt nur vom Vektorraum ab, obwohl auf der rechten Seite hier von einer Basis die Rede ist. Und da könnte man zunächst sagen, ja was, wenn ich eine andere Basis nehme? Da kommt da die gleiche Dimension raus. Und die Antwort ist, naja, raten Sie mal, warum wir das hier gerade bewiesen haben. Je zwei Basen sind gleich groß. Deshalb ist es unabhängig davon, die Definition, die hier steht, ist unabhängig davon, welche Basen ich wähle. Für je zwei Basen, je zwei Basen sind gleich groß. Und deshalb kann ich die Dimension des Vektorraums definieren als, nimm irgendeine Basis und guck, wie groß die ist. Und es ist wurscht, welche ich da gerade erwische. Okay. Machen wir mal ein paar Beispiele zu Basen. Also eins hatten wir schon. Dann B gleich 1,0,0,1. Das ist eine Basis von R2. Und, naja, 1,0 und 2,3 auch. Weil es handelt sich hierbei um ein linearunabhängiges erzeugendes System. Achten Sie auch darauf, die geometrische, was wir irgendwie oft machen, ist das Koordinatensystem so zu malen. Aber da ist irgendwie so ein rechter Winkel angedeutet. Das muss aber nicht sein. Ich kann auch ein Koordinatensystem ohne einen rechten Winkel nehmen. Ich könnte auch so ein Koordinatensystem nehmen. Das muss natürlich immer durch Null gehen. Aber mit den Vektoren kann ich auch jeden Punkt der Ebene erreichen. Den hier zum Beispiel, in dem ich sage, ich gehe mal so weit nach da oben und dann so viel zurück. Also da kann ich jeden Punkt erreichen. Das ist also auch eine Basis. Was ist, wenn ich so einen Unterraum habe? Sagen wir 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Das ist ja ein Unterraum von R3. Aber ist das auch eine Basis von dem Unterraum? Also ist 1,2,3,4,5,6,7,8,9 eine Basis von R3? Antwort, nein. Woher weiß ich das? Das Ding ist nicht linieunabhängig. Denn das wissen wir, wie wir das ausrechnen. Wir stellen die Vektoren in die Spalten einer Matrix. Und finden dann, ich glaube, das hier war dann das, einen Nichtnullenvektor, der von der Matrix auf Null abgebildet wird. Das heißt, diese Matrix hier ist nicht invertierbar. Das heißt auch, dass die Spalten linieunabhängig sind. Und damit ist diese Menge hier linieunabhängig. Und damit ist die Menge auch keine Basis. Jetzt hätte ich aber gerne eine Basis. Oder jetzt kann ich zunächst einmal noch sagen, diese Menge hier ist ja mal auf jeden Fall ein Unterraum. Das ist ein Unterraum, der von den Vektoren hier erzeugt wird. Ich will aber jetzt eine Basis von diesem Unterraum haben. Und wie kann ich das mir verschaffen? Naja, das, was hier steht, ist immer noch ein erzeugendes System. Das ist die Bedeutung dieser spitzen Klammern. Die spitzen Klammern sagen, das Ding, was hier durch die spitzen Klammern beschrieben wird, dieses U soll sein, der Unterraum, der in R³ von diesen Vektoren erzeugt wird. So wäre jetzt die moderne Sprechweise. Und ganz präzise heißt das wieder, so wie wir das schon oft hatten, die Menge aller Linearkombinationen. Also U ist die Menge aller Linearkombinationen. Alpha mal dem ersten plus Beta mal dem zweiten plus Gamma mal dem dritten. Und damit ist eben diese Menge hier ein erzeugendes System für den Unterraum U. Aber eben keine Basis. Und ich hätte jetzt gerne eine Basis. Um eine solche zu berechnen, kann ich folgendermaßen vorgehen. Ich nehme die Vektoren hier und schreibe sie in die Zeilen einer Matrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und mache dann eine TNF daraus. Und dann kriege ich irgendwie sowas. 0, 0, 0. Und eine TNF zu machen heißt ja immer, ich mache eine Linearkombination von den Zeilen. Das heißt, die Zeilen von dieser Matrix hier spannen den gleichen Unterraum auf, wie die Zeilen von der Matrix. So sprechen wir das jetzt. So sagen wir das jetzt. Denn ich kann aus jeder Linearkombination von diesen Zeilen eine Linearkombination von diesen Zeilen machen. Denn da ist ja eine invertierbare Matrix dazwischen, die die linke Matrix in die rechte Matrix überführt. Und mit dieser Matrix kann ich eine Linearkombination von denen hier übersetzen in eine Linearkombination von denen. Und weil die Matrix invertierbar ist, geht das dann in die andere Richtung auch. Das heißt, die Menge aller Linearkombination von diesen Zeilen ist gleich der Menge aller Linearkombination von dieser Zeile. Von diesen Zeilen. Von den Zeilen dieser linken Matrix. Und rechts weiß ich aber, weil das eine Treppenform ist, weiß ich, die Nullzeilen, die sind verantwortlich für die lineare Abhängigkeit. Die sind hier jetzt da irgendwie so verschmiert. Und da ist die lineare Abhängigkeit irgendwie so miteinander verwoben in den Vektoren. Und da kann ich es nicht so richtig voneinander trennen. Aber hier kann ich jetzt sagen, die ersten beiden Vektoren, die genügen, um den Unterraum auch zu spannen. Den Nullvektor, den brauche ich natürlich nicht. Weil ich kann immer sagen, plus Null. Aber ich muss nicht. Dann werfe ich den Nullvektor weg. Und ich weiß aber auch, als wir über Treppen-Normalformen gesprochen haben, haben wir gesehen, die nicht-nullen Zeilen einer Treppen-Normalformen sind linearunabhängig. Das heißt, 1, 0, minus 1 und 0, 1, 2. Das ist eine Basis von U. Also von diesem Unterraum im R³. Und damit sehe ich dann auch, die Basis hat zwei Elemente. Und damit hat dieser Unterraum die Dimension 2. Jetzt weiß ich, das handelt sich um eine Ebene und nicht etwa, was ja auch noch sein könnte, um eine Gerade. Das kann ich normalerweise nicht. dem erzeugenden System direkt ablesen. Wenn ich das hier so hinschreibe, dann könnte ich zunächst meinen, naja, das sind drei Vektoren, also spannen die den ganzen R³ auf. Das stimmt aber nicht, weil die drei Vektoren liegen in einer Ebene. Und das heißt, einer von denen kann nichts machen, was nicht die anderen auch schon können. Das heißt, einen kann ich rausstreichen und bleiben zwei übrig. Ja, also ich könnte hier jetzt auch sagen, 1, 2, 3, wenn ich einen rausstreiche, 4, 5, 6, das ist auch eine Basis. Von U. Aber alle drei zusammen, die bilden zwar noch ein erzeugendes System, aber keine Basis mehr. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn Sie das so machen. Also Sie wissen jetzt hier vielleicht aus dieser Rechnung, dass die Dimension von U 2 ist. Aber das heißt nicht, dass Sie hier aus dem ursprünglichen erzeugenden System zwei beliebige rausnehmen können und die bilden dann eine Basis. Sondern es bedeutet, da hatten wir diesen Satz mit linieunabhängig, falls es eine beliebige Wahl oder falls es gibt eine Wahl. Und hier muss man dann aufpassen, dass man es richtig macht. Hier das bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, hier aus diesen drei Vektoren zwei auszuwählen, sodass die beiden eine Basis bilden. Es ist aber nicht gesagt, dass je zwei eine Basis bilden. In dem Fall ist es zwar schon so, aber im Allgemeinen müsste das nicht so sein. Was haben wir noch? Oh, wie war das mit dem Raum aller Matrizen? Was hat der für eine Dimension? Na ja, dazu müsste man eine Basis angeben. Und ja, eine Basis ist ein liniearunabhängiges erzeugendes System. Und ja, als Basis, es gibt immer mehrere Basen, aber eine ist das folgende. Und zwar kann ich jede Matrix darstellen, also eine Linearkombination von, ich könnte es als Einheitsmatrizen bezeichnen. Die Matrizen, die an einer Stelle eine Null haben, äh eine Eins, Entschuldigung, und an allen anderen Stellen eine Null. Null, 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 Null Oben lautet Nullen dann hier. So, also das ist eine ziemlich große Menge. Können wir gleich überlegen, wie groß. 0, 0, 0, 1. Ja, klarerweise ist das linearunabhängig. Und zwar ist das linearunabhängig aus dem gleichen Grund, aus dem die Einheitsvektoren linearunabhängig sind. Im Prinzip könnte ich mir das ja auch vorstellen, wie wenn das Vektoren wären mit Zeilenumbrüchen. Aber ich könnte ja alle Zeilen so hintereinander schreiben. Das wäre dann zwar eine ungewöhnliche Notation für Matrizen, aber ob das linearunabhängig ist oder nicht, kann ja nicht von der Notation abhängen. Und für den Zweck wäre die Notation sehr geeignet. Weil dann sehen wir nämlich, das ist dasselbe wie K hoch irgendwas. Mit einem sehr großen irgendwas. Und zwar mit einem so großen irgendwas, wie es hier Einträge gibt. Nämlich K hoch N mal M. So viele Einträge gibt es. Wenn es N Zeilen und M Spalten gibt, dann gibt es insgesamt N mal M Einträge. Und dann entsprechen diese Matrizen hier entsprechend den N mal M vielen Einheitsvektoren, wenn ich die Matrizen ohne Zeilenumbrüche schreiben würde. Und ja, weil die Einheitsvektoren eine Basis von K hoch N mal N bilden, sind diese Matrizen eben auch eine Basis. Das heißt, sie sind linearunabhängig und bilden ein erzeugendes System. Und ich weiß dann auch, was die Dimension ist. Die Dimension des Matrixraums ist das Produkt der, ja, ist die Zahl der Einträge, die die Matrizen in diesem Raum haben. Nämlich Zahl der Zeilen mal Zahl der Spalten. Das können Sie sich merken, weil hier oben steht ja auch Kreuz. Und Kreuz ist auch irgendwie ein Symbol für eine Multiplikation. Und was haben wir noch? Ah ja. Jetzt ist meistens die Dimension irgendwie endlich. Also hier haben wir die Matrizen. Das ist zwar vielleicht sehr groß. Drei Kreuz vier Matrizen bilden einen zwölfdimensionalen Raum. Das kann man sich schon gar nicht mehr geometrisch vorstellen. Muss man aber auch nicht. Natürlich Matrizen kann man sich als Raum sowieso nicht geometrisch vorstellen. Und hier, na gut, da geht es noch. Dann sind es halt Ebenen oder Geraden. Und jetzt aber zu der Frage, ob es auch sein kann, dass die Dimension unendlich ist. Und ja, das kann sein. Denn wenn Sie sich den Polynomring anschauen, aufgefasst als Vektorraum über K, über irgendeinem Körper K, das ist ein K-Vektorraum. Und wie sehen da jetzt nochmal die Elemente aus? Die Elemente waren, naja, die haben wir irgendwie so geschrieben, P0 plus P1x plus P2x² plus, 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 plus plus irgendwie Pd x hoch d. Aber wir können uns die vorstellen, das war ja jetzt auch irgendwie nur so komische Schreibweise. Und was war das denn wirklich? Was das wirklich war, war eine Abbildung, eine Funktion von n nach k. Und die Funktion sagte, die entspricht dem, dass ich hier das d abbilde auf das Pd. Das ist die Koeffizientenfunktion. Also, jedes Polynom ist eine Funktion, die einen Grad abbildet auf den Koeffizient, den das Polynom bei diesem Grad hat. Nur eine Funktion von n nach irgendwas, von der natürlichen Zahl nach irgendwas, ist eine Folge. Eine Folge kann ich dann auch so schreiben. P0, P1, P2, Pd. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da jetzt noch ganz viele Nullen da hinten dran stehen. Polynome hören zwar dann irgendwann auf, aber die hören nicht wirklich auf, sondern die gehen halt dann nur sehr langweilig weiter. Und so kann ich mir halt vorstellen, dass der Polynomring, wenn eine, ja, der Polynomring ist quasi sowas wie ein K hoch unendlich. Das schreibt man natürlich aber nicht, das traue ich mich gar nicht, da hinzuschreiben. Oder doch, aber nur ganz kurz, der K hoch unendlich. Das ist schon wieder weg. Und dann ist nicht, nicht so überraschend, dass das ein unendlich dimensionaler Vektorraum ist. Aber was wäre eine Basis? Also eine Basis, naja, das wären wieder die Einheitsvektoren. Die Einheitsvektoren, also hier, das würde ich vielleicht ein bisschen so schreiben, ja, Einheitsvektoren, entsprechen dann einfach den Potenzen von x. e gleich 1, x, x², also das ist x hoch 0, x hoch 1, x², x hoch 3, und so weiter. Das ist eine Teilmenge von V. Ja, das sind natürlich nicht alle Polynome, sondern x plus 1 zum Beispiel, das ist nicht in B dabei. Aber lässt sich bilden als Linearkombination von zwei von den Dingen, die in B dabei sind. Und jedes Polynom, dieses hier zum Beispiel, lässt sich, ist ja so, wie es da steht schon, eine Linearkombination von Elementen von B. Das heißt, das B ist ein erzeugendes System, denn jedes Polynom kann ich schreiben als Linearkombination von Elementen von B. Gleichzeitig ist B aber auch linear unabhängig, das heißt, dieses erzeugendes System ist nicht größer als nötig, sondern es ist ein kleinstmögliches, denn das B ist linear unabhängig. Und das liegt daran, dass wenn ich irgend so eine Linearkombination hinschreibe, das Nullpolynom ist genau das Polynom, was überall nur Nullkoeffizienten hat. Ich kann nicht irgendwie x hoch 5 plus x hoch 4 irgendwas und dann am Ende kommt 0 raus, weil dann, das ist einfach nicht so, das ist, weil eine Folge, ist genau dann die Folge konstant 0, 0, 0, 0, 0, wenn in jedem Eintrag eine Null steht. Und das heißt also, dass alle Koeffizienten Null sein müssen. Also das ist eine Basis und offensichtlich ist das eine unendlich große Menge. Also haben wir hier es zu tun mit einem Vektorraum, dessen Dimension unendlich ist. Okay, es hat keine endliche Dimension. Ja, den können wir uns jetzt natürlich nicht mehr geometrisch vorstellen. Also beim K hoch 17 hat man vielleicht irgendwie noch genug Intuition, um zu sagen, ja, das ist irgendwie wie K hoch 3, aber dann unendlich dimensional versuchen wir es gar nicht erst. Oh, ich habe noch einen Vektorraum. Und zwar, das ist ja jetzt schon ein sehr großer Vektorraum, der Polynomring, wenn der Dimensionen unendlich hat. Aber ich habe einen noch größeren Vektorraum, und zwar den Potenzreinring. Was war jetzt das nochmal? Also das ist mal ja ein K-Vektorraum. Und zwar war das, naja, das war halt die Menge aller Folgen, im Prinzip ohne die Einschränkung, dass der irgendwann Null wird, sondern das war jetzt die Elemente, die sehen irgendwie so aus, P0 plus P1x plus P2x² plus, plus, plus und ja, ohne, dass das irgendwann aufhören muss. Es kann aufhören, es muss aber nicht aufhören. Was ist da von der Dimension? Da braucht man eine Basis. Und man könnte jetzt glauben, dass das auch wieder die Basis ist. Das wird dann meistens vorgeschlagen, wenn ich die Vorlesung im Hörsaal erhalten könnte, würde ich sie fragen, und irgendwer würde dann wahrscheinlich sagen, das ist die gleiche wie vorher, weil ich kann ja jedes, jedes solche Potenzreihe, das ist mit Pn, x hoch n, plus, 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 und ja, ewig weiter, kann ich ja trotzdem schreiben, das ist ja irgendwie eine Linearkombination von den Potenzen von N. Aber das stimmt nicht. Denn es gibt eine kleine, subtile, technische Einschränkung bei der Definition des erzeugenden Systems, und die lautete, dass wir für jedes Element, zum Beispiel für dieses hier, verlangen, dass, wenn ich eine Basis oder ein erzeugendes System habe, dann muss ich dieses Element darstellen lassen, als eine Linearkombination von endlich vielen Elementen von diesem erzeugenden System. Und aber, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses hier habe, ja, 1 plus, nein, einfach, wo alles 1 ist, 1 plus x, plus x², plus x hoch 3, plus, 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 und es hört nie auf, es geht plus x hoch 1000, plus, 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 das ist nicht ein Element von dem Unterraum, von diesem Vektorraum, der von 1, x, x², x hoch 3, und so weiter erzeugt wird. Denn wäre es das, dann wäre dieses Ding hier ja eine Linearkombination von endlich vielen von denen, und wenn das endlich viele sind, dann hat eins von denen den größten Grad, ja, aber dann kriege ich doch wieder nur ein Polynom. Dann haben alle Terme, die in der Linearkombination drin vorkommen, höchstens diesen Grad, und dann kriege ich aber die weiteren dann nicht, die auch alle 1 sind, die kriege ich damit dann nicht erwischt. Die sind dann 0. Naja, und das muss ja auch so sein, weil wir haben ja vorher schon, sonst wäre ja das falsch, wir haben vorher schon gesehen, dass die Potenzen von x eine Basis des Polynomrings das sind, und also das hier ist der Polynomring, aufgefasst als Vektorraum, und der ist eben nur ein Unterraum vom, ein echter Unterraum vom Kx, vom Potenzreinring. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, das wird noch merkwürdiger, wenn ich Ihnen jetzt sage, niemand weiß, was eine Basis von V ist, von diesem Raum. Ja, also das ist klarerweise ein Vektorraum, da gibt es keine Diskussion drüber, das zweifelt auch niemand an, aber es hat bis heute noch niemand eine Basis für diesen Vektorraum gefunden. Dann sollten wir uns vielleicht doch noch mal kurz unterhalten darüber, ob die Dimension wohl definiert ist. Die Dimension eines Vektorraums, da habe ich gesagt, ja, die ist wohl definiert, weil je zwei Basen haben die gleiche Größe, und die Größe einer Basis, das soll die Dimension sein. Ja, aber was ist, wenn ein Vektorraum gar keine Basis hat? Ja, für die, für den Fall haben wir jetzt die Definition nicht ausgelegt. Das müssten wir jetzt irgendwie ein bisschen einschränken und sagen, wir definieren die Dimension von Vektorräumen nur für die Vektorräume, die auch mindestens eine Basis haben. Und für diesen Vektorraum hier wissen wir das jetzt noch nicht, ob der eine Basis hat. Wir werden dann in Kürze sehen, dass jeder Vektorraum eine Basis hat, also auch dieser hier. Und damit brauche ich dann die Definition nicht zu ändern, weil damit ist dann klar, jeder Vektorraum hat eine Basis. Eventuell, wie in diesem Fall, kennen wir die Basis nicht persönlich. Es macht aber nichts. Auf jeden Fall hat dieser Vektorraum eine Dimension. Und bevor wir das zeigen, zeigen wir, dass die Basis zumindest unendlich sein muss. Also, dass die Dimension von dem, also wenn wir irgendwie annehmen, kurz mal, dass das Ding überhaupt eine Basis hat, dann muss das auf jeden Fall eine unendliche Basis sein. Und das ist der nächste Satz. Der sagt es allgemein. Der sagt, wenn ich einen Vektorraum habe, V, und ein Unterraum von V, dann ist die Dimension von dem Unterraum nicht größer als die vom Raum. Ja, das ist aber intuitiv auch klar. Das sollte auch gelten. Um das zu überprüfen, schaut man mal irgendwie in die geometrische Anschauung hinein. Da würde das V wäre dann zum Beispiel der R hoch 3 und das U wäre vielleicht eine Ebene. Ja, natürlich hat die Ebene, die kann ich Dimension 5 haben. Das wäre komisch. Wenn das ginge, dann hätten wir irgendwas falsch konstruiert mit den Begriffen. Das soll schon so sein, dass die Unterräume nicht größer sein können als der Raum, in dem sie drin leben. Und so ist es auch. Zeigen wir jetzt dann. Und daraus folgt dann für diesen Raum hier, weil das hier ein Unterraum von dem hier ist und wir von dem Kleinen schon gezeigt haben, von dem hier, dass die Dimension unendlich ist. Dann muss die hier erst recht unendlich sein. Das heißt, okay, das heißt, es kommt als Dimension von dem Potenzreinring nur unendlich in Frage. Und das, obwohl wir nicht wissen, wie eine Basis konkret aussieht. Naja, das macht nichts. Der Satz sagt noch was anderes und zwar für den endlichen Fall, den endlich-dimensionalen Fall, der uns hauptsächlich interessiert. Der Fall eines endlich-dimensionales für den endlich-dimensionalen Fall gilt es, wenn ich einen Unterraum habe, also wenn ich nur weiß, U ist in V enthalten und ich weiß außerdem, dass die Dimensionen gleich sind, dann kann ich daraus folgern, dass auch die Vektorräume schon gleich sind. also es kann zum Beispiel in einem dreidimensionalen Raum kann es nicht sein, dass es da einen dreidimensionalen Unterraum gibt, außer dem ganzen Raum selbst. Natürlich ist jeder Raum sein eigener Unterraum, aber das kann dann nicht sein, also sobald ich einen echten Unterraum habe, dann hat der auch immer eine echt kleinere Dimension, falls wir im endlich-dimensionalen sind. Ja, und die Richtung ist natürlich klar, wenn die beiden Räume gleich sind, sind natürlich die Dimensionen noch gleich. Das ist klar, die interessante Richtung ist die andere Richtung. Okay, also da müssen wir zwei Dinge zeigen, das eine ist das hier, diese Ungleichung, das andere ist dann im endlich-dimensionalen diese hier. Gut, dann schauen wir uns an, warum ist das so? Beweis. Also erstens zu zeigen ist, also, wie wir wissen, nicht viel, aber das wird reichen, dass U Teilmenge ist von V und zu zeigen ist, die Dimension von U kleiner gleich der Dimension von V. Naja, okay, dann, wenn ich hier von Dimensionen rede, dann kann ich das ja nur, wenn ich auch Basen habe, also sei B, U eine Basis von U und B, V eine Basis von V und dann ist zu zeigen, sagen, dass das B, U nicht größer sein kann als das B, V. Ah ja, aber das haben wir heute am Anfang schon bewiesen. Diese Aussage ergibt sich aus diesem Satz, der sagte, B, V ist ein erzeugendes System von V und B, U ist eine Basis, zwar nicht eine Basis von V, sondern eine Basis von U, aber weil es überhaupt eine Basis ist, muss es linear unabhängig sein und linear unabhängig ist ein Begriff, der ist nicht bezüglich eines Vektorraums, es ist nicht linear unabhängig bezüglich U und dann vielleicht nicht bezüglich V, sondern linear Unabhängigkeit, das hängt nur von der Menge selbst ab. Also B, U ist linear unabhängig, na, fertig. Und dann folgt aus dem Satz, der irgendeine Nummer hatte, genau diese Behauptung, eine linear unabhängige Menge kann nicht größer sein als ein erzeugendes System. Der zweite Teil ist, wenn ich jetzt weiß, dass, also wir wissen, in dem Fall, wieder U ist Teilmenge von V und die Dimension von U ist gleich der Dimension von V und zu zeigen ist, dann muss U schon gleich V sein. Also das wäre dann hier, ah, wir wissen dann auch, die Dimension von V ist endlich, das sollten wir dann noch, genau, das habe ich mich gerade erschreckt, also das ist kleiner als unendlich, das brauchen wir auch noch. Also das hier wissen wir und hier haben wir gesagt, es ist von der Äquivalenz nur eine Richtung interessant, nämlich die von hier nach da und das hier ist sowieso eine Generalbraussetzung, die auch noch gilt. So, wenn jetzt die Dimension von V unendlich ist, äh, endlich ist, dann kann ich mir eine Basis hinschreiben, das sei B gleich B1 bis Bn eine Basis von V und ja, sagen wir BV und sagen wir B, ähm, U, naja, das muss auch eine Basis haben, nennen wir die dann vielleicht V1 und das hat genauso viele Elemente bis V, V, Vn eine Basis von, äh, von U naja, und wir müssen zeigen, ähm, eigentlich müssen wir nur die, äh, wenn wir zeigen wollen, die beiden, äh, Räume sind gleich, wir brauchen nicht zu zeigen, der eine ist im anderen, weil das ist Voraussetzung, müssen zeigen, äh, D hier liegt in dem, so sei, äh, also, ähm, V in V beliebig, und, und zu zeigen ist, ah ja, zu zeigen ist, das V ist schon in U, ja, wir müssen zeigen, dass es in dem, wenn das nicht in U wäre, äh, so wäre, so wäre, äh, dann würde das bedeuten, dass ich das V nicht darstellen kann, als Linearkombination von den Basiselementen von U. So wäre V nicht in dem Erzeugnis von V1 bis Vn und, äh, dann, äh, heißt es aber, wenn ich das dazugebe, dann würde das, äh, größer, und dann, äh, 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 dann ist, äh, die Menge V1 bis Vn vereinigt mit V, äh, Linie unabhängig, denn wäre die Linie abhängig, dann, äh, könnte ich ja das V schreiben, als Linearkombination von denen, äh, aha, und dann, dann habe ich aber ein Problem, ist dann, ist nämlich die Dimension von, äh, dem Raum, der von den Vs hier aufgespannt wird, und diesem V hier, äh, das muss dann sein N plus 1. Aber das geht nicht, weil das hier ist eine, ein Unterraum von V, die Dimension von, äh, V ist N, und wir haben vorher gerade gezeigt, ein N-dimensionaler Raum kann nicht einen N plus 1-dimensionalen Unterraum haben. Und, äh, drum ist das dann so, was haben wir jetzt dann gezeigt, äh, das V kann nicht, nicht Element von U sein, ja, also muss das Element von U sein. Ja, es folgt, ähm, V ist Element von U. Fertig. So, jetzt haben wir also gezeigt, ähm, etwas über, äh, Unterräume, dass, äh, wenn ein Raum in einem anderen enthalten ist, dann hat er höchstens die gleiche Dimension, und wenn er echt enthalten ist, und es sich um endlich dimensionale, er handelt, äh, Räume, dann hat er sogar eine echt kleinere Dimension. Okay, das passt alles mit der geometrischen Intuition mehr oder weniger zusammen, aber es ist gut zu wissen, dass es auch, äh, für die Vektorräume stimmt, ähm, für die wir keine geometrische Intuition haben, ähm, weil das bestätigt uns, äh, äh, in der Annahme, dass es sich beim Vektorraumbegriff um etwas Fundamentales handelt, und wir den tatsächlich zu Recht so konstruiert haben, dass er möglichst viel von der Intuition sich dahin überträgt. Und jetzt möchte ich Ihnen als nächstes, äh, den versprochenen Beweis nachliefern, dafür, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Und das ist jetzt das nächste Ziel. Und das ist jetzt, das ist ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen schwierig, und zwar, ähm, müssen wir da jetzt ein bisschen ausholen, und das ist jetzt auch was, das kommt dann wieder nur für diesen einen Beweis, und danach nie wieder, also erschrecken Sie nicht, falls Ihnen das komisch vorkommt. Äh, Sie sollten eher erschrecken, falls es Ihnen nicht komisch vorkommt. Ähm, Und das ist jetzt so, ähm, ähm, wie, äh, wenn man das, ähm, ja, um ein etwas merkwürdiges Axiom handelt. Und es handelt sich dabei um das sogenannte Auswahl-Axion. Ähm, Das Auswahl-Axion sagt etwas über die Existenz von Funktionen. Also, das, das geht ungefähr so, ähm, wenn Sie eine Menge von Mengen haben, sei, äh, sei U eine, äh, Menge von Mengen, na, und zwar muss ich, äh, annehmen von nicht leeren Mengen, nicht leeren Mengen, Also, das heißt, jedes Element von U ist eine Menge die können wir dann vielleicht so schreiben, U, aber nicht die leere Menge. Und, äh, dann gibt es eine Funktion, und das ist dann die Auswahl, äh, Funktion, von dem, äh, da die Rede ist. Dann gibt es eine Funktion, F die von der Vereinigung, ne, die von U geht in die Vereinigung über alle diese U's, aus denen das U besteht. Mit äh, der Eigenschaft, dass es aus jedem, also dieses F nimmt aus dieser Menge von Mengen eine von den Mengen, eins von diesen U's als Input und, äh, macht daraus irgendeins von den Elementen, die in den Mengen enthalten sind, die in dem U enthalten sind, und zwar so, dass es aus jeder Menge ein Element rausfischt. Also mit F von U Element von U für alle U aus U. Ja, wenn man sich das ein bisschen überlegt hat, dann würde das also so aussehen, das hier ist, äh, eine Menge von Mengen, Menge von nicht leeren Mengen, also das, äh, das Ganze ist das, äh, das, äh, das Skript U und das hier wäre ein U und hier ist noch ein anderes, ähm, so, und insgesamt sind das hier vier. Und, äh, diese Funktion F, die sagt, oder das Auswahlaxiom sagt, ich kann mir eine Funktion nehmen, die aus jedem U eins markiert, das zum Beispiel sagt, dieses U hier wird, aus dem wird das ausgewählt, aus dem wird das ausgewählt, aus dem wird das ausgewählt und aus dem wird das ausgewählt. Ja, warum sollte es so eine Funktion nicht geben? Das war eigentlich ziemlich naheliegend und so soll sie auch sein bei Axiomen, dass die so naheliegend sind, dass man sagt, ja, okay, das ist offensichtlich wahr. Das Blöde beim Auswahlaxiom ist, das hat jetzt einige merkwürdige Konsequenzen. Ähm, man kann mit dem, äh, Auswahlaxiom, dass man kann das Auswahlaxiom in verschiedene Weisen schreiben und manche Weisen, die hier zum Beispiel, da würde man sofort sagen, ja, das ist klarerweise richtig und dann gibt es aber andere Sachen, die, die wirken irgendwie falsch. Zum Beispiel können Sie mit Hilfe des Auswahlaxioms, äh, zeigen, wenn Sie zwei, äh, zwei Kugeln haben, zwar, äh, sagen wir, eine, sagen wir aus Gold, äh, zum Beispiel, eine Kugel vom Radius 1, hier, nein, Sie haben eine Kugel, äh, eine Kugel vom Radius 1, äh, und, das Auswahlaxiom hat zur Folge, dass Sie diese Kugel zerschneiden können, mit einem Messer, in, äh, so, wie so ein dreidimensionales Puzzle, in fünf Puzzleteile, so, sodass Sie diese fünf Puzzleteile wieder zu zwei Kugeln zusammenbauen können, die beide den Radius 1 haben. Also Sie können wunderbare, wunderbare Goldvermehrung machen auf diese Art und das ist offensichtlich falsch. Ähm, könnte man denken, vielleicht stimmt's auch, aber es ist zumindest merkwürdig, zumindest müsste man da ein bisschen, ähm, das diskutieren. Äh, und das hat man diskutiert in der, äh, äh, der Mathematik in den letzten 100 Jahren oder so. Soll man das Auswahlaxiom hinzufügen oder eher nicht? Und wer legt das eigentlich fest? Wer legt eigentlich fest, welche Axiome gelten sollen? Gibt's da irgendwie eine Kommission bei der UNO, die das festlegt? Oder wie geht das? Ähm, naja, es ist doch, es ist ein bisschen so wie bei einem Vektorraum. Wir haben ja gerade gesprochen über erzeugenden Systeme. Ähm, und ein erzeugendes System bei einem Vektor ist ja, dass, Sie haben irgendwelche Vektoren, B1 bis, äh, Bn, so, und dann, äh, sagen Sie, Sie betrachten den Vektorraum, der von denen erzeugt wird. Und da haben wir gesagt, das ist die Menge aller Dinge, die Sie bilden können, indem Sie ausgehend von denen lineare, ähm, lineare, ähm, Linearkombinationen machen. Und dann kriegen Sie genau diese, diese Vektoren, Bn, Alpha 1 bis Alpha n in K, wenn man davon ausgeht, dass das mal in einem großen, umfassenden Universum, äh, drin stattfindet. Und das ist dann, dieses U ist dann der von B1 bis Bn erzeugte Unterraum von V. Ja, was hat das jetzt mit dem Ausfallaxiom zu tun? Mit Axiom können Sie sich das so ähnlich vorstellen. Sie können sagen, diese Bs, die entsprechen, die entsprechen ein bisschen den Axiomen. Wir können sagen, wir haben hier Axiom 1 bis Axiom n. Und dann können wir fragen, was können wir mit diesen Axiomen für Folgerungen erzeugen? Und das entspricht dann ein bisschen dem, dem Raum, der da erzeugt wird. Also das ist jetzt sehr informal, aber nur so für die, für die Anschauung. Und das wären dann die Sätze, die sich aus den Axiomen ableiten können. Also statt dem, dass wir Linearkombinationen bilden, würden wir hier in der Logik sagen, diese spitze Klammer bedeutet, die Menge aller Aussagen, die sich herleiten lassen, aus den Axiomen. Und das gibt dann aber die Freiheit, zu sagen, die einen arbeiten in dem einen Raum und die anderen arbeiten in dem anderen Raum. Und das ist kein Problem, solange jeder sich sicher ist darüber, in welchem Raum gerade gearbeitet wird. Das heißt, diese Axiome der Mengenlehre z.B., die sind nicht irgendwie gottgegeben oder festgelegt, sondern die sind rein, ganz offiziell, rein formal, rein logisch, sind die beliebige Festlegungen und man könnte anders auch festlegen. Und das ist nur eine Kulturfrage oder eine Sache der Kultur, dass wir jetzt nicht heute mit den Axiomen und morgen mit anderen und übermorgen wieder mit anderen arbeiten, sondern die, die wir immer verwenden, das sind die, die sich als besonders nützlich erwiesen haben. Und deshalb verwenden wir die immer und stellen die nicht unnötig in Frage. Das sind schon coole Axiome, die sollte man nicht einfach über Bord werfen. Aber es zwingt uns niemanden, die zu nehmen. Wir könnten auch andere nehmen. Und darum ist das bei dem Auswahlaxiom auch so, dass man halt diskutiert hat, wollen wir das dabei haben oder wollen wir das nicht dabei haben? Und in älteren Texten sehen Sie dann manchmal in Artikeln, in mathematischen Artikeln oder in Lehrbüchern, einen Zusatz, und dann sagt er, diesen Satz, der gilt nur in der Theorie, die das Auswahlaxiom auch enthält. Oder ein anderer sagt dann, oh nein, es gilt anders auch, weil ich habe einen neuen Beweis gefunden, der das Auswahlaxiom nicht braucht. Also das ist ja sehr spannend. Inzwischen ist das Auswahlaxiom aber allgemein akzeptiert. Also das komische Ding mit den Kugeln, ja, man gewöhnt sich daran, dass das halt auch stimmt und eine Erfolgerung ist. Und wenn man den Beweis anschaut, dann kommt man eh drauf, ja okay, wenn man annimmt, dass man so kompliziert schneiden kann, dann ist man auch gewillt, das zu glauben, dass es solche Puzzleteile gibt. Und insofern wird jetzt heutzutage das Auswahlaxiom nicht mehr so in Frage gestellt. Und wir nehmen es auch deshalb einfach an, dass es gilt. Und ich muss es aber annehmen. Ohne das Auswahlaxiom kann ich nicht zeigen, dass jeder Vektor um eine Basis hat, weil man kann umgekehrt auch zeigen, wenn ich annehme, jeder Vektor um hat eine Basis, dann folgt daraus das Auswahlaxiom. Also das ist so, man könnte also auch diesen Satz als Axiom nehmen. Nur nimmt man halt als Axiom immer etwas, was möglichst wenige Begriffe schon enthält. Und beim Basisbegriff, naja, wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit investiert, um überhaupt dahin zu kommen. Wir brauchen einen Körper, einen Vektor, eine Linieunabhängigung. Und das sind ziemlich viele Begriffe nicht geeignet für ein Axiom. Und auch das Auswahlaxiom ist jetzt nicht so handlich. Ich zeige Ihnen eine dritte Variante. Also es gibt das Auswahlaxiom, es gibt den Basisergänzungssatz, den ich dann gleich zeigen werde. Und es gibt eine dritte Variante vom Auswahlaxiom und die mag ich als Axiom hernehmen, weil dann ist der Beweis später einfacher. Und das nennt sich das Lämmer von Zorn. Das ist ein bisschen technisch, aber es ist immer äquivalent zum Auswahlaxiom. Auswahlaxiom. Also nehmen wir gleich das Lämmer von Zorn als Axiom her. Und das sagt jetzt Folgendes. Okay, da müssen wir langsam lesen. Das ist ein bisschen technisch. Macht aber nichts. Gehen wir hin. Also wenn m eine Menge ist und wir auf der Menge m eine Halbordnung erklärt haben. Halbordnung wissen wir noch. Das war eine Relation auf der Menge m, die reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist. Und wenn für diese Halbordnung und diese Menge mit der Halbordnung gilt, dass jede Kette und mit einer Kette ist gemeint eine Teilmenge, auf der die Ordnung eine Totalordnung ist. Wenn jede solche Kette eine obere Schranke hat, also wenn für jedes T, das total geordnet ist, jede Teilmenge T von der potenziell nicht total geordneten Menge, sondern nur halb geordneten Menge, eine obere Schranke hat, die in m ist, also ein Element in m existiert, sodass alle Kettenelemente kleiner sind, kleiner oder gleich, dann, das sagt dann das Axiom hier, dann gibt es auch ein Element, ein quasi ein globales Maximum innerhalb von m, und zwar also ein Element von klein m von groß m, sodass kein anderes Element größer ist. Also sodass, wenn das m kleiner gleich x ist, das schon gleich sein muss. Okay, hier ist eine schematische Darstellung. m ist die Menge der schwarzen Punkte und die Halbordnung ist durch die Pfeile angegeben, also je höher, desto größer. Hier unten, das ist ein kleines Element, dieses hier ist kleiner gleich dem, und so weiter. Und hier habe ich jetzt eine Kette angegeben, wenn ich hier jetzt das T sage, das T besteht aus diesen drei Elementen und schränke das ein, die Ordnung da drauf, dann habe ich hier eine Totalordnung, weil hier sind je zwei Elemente miteinander vergleichbar. Im m allgemein nicht, weil die beiden hier, das hier und das hier, da kann ich nicht sagen, dieses ist kleiner als das, oder umgekehrt, deshalb ist das kleiner gleich, auf dem m keine Totalordnung. Aber wenn ich mich hier zurückziehe, auf diese Elemente, die drei Elemente hier, da ist schon eine Totalordnung, weil hier sind je zwei miteinander vergleichbar. Von den beiden ist der der kleinere, von den beiden ist der der kleinere, und von den beiden wegen Transitivität ist der der kleinere. Und die Voraussetzung des Lemmers, die hier steht, ist erfüllt, weil für dieses T gibt es da eine obere Schanke. Also ein Element in m, sodass alle Elemente aus T darunter liegen. Das ist hier, die liegen alle darunter. Das S könnte auch in dem T liegen, hier liegt es jetzt außerhalb, aber das passt schon. Und das ist jetzt nicht, es muss für alle, für alle T's gelten, für jede solche Teilmenge. Das heißt, das müsste ich hier jetzt ausprobieren. Hier ist noch so eine, und da ist eine, und dann ist hier noch so eine, und so weiter. Und für alle, für jede einzelne von denen, finde ich ein S. und die Behauptung von dem Lemmer ist, wenn das der Fall ist, dann muss es auch ein M geben, das irgendwo ganz oben ist. Und hier ist so ein M, das nichts mehr über sich drüber hat. Das ist ziemlich heftig. Das ist, da muss man, da muss man länger, da muss man länger mit rumspielen. Okay, hier ist noch ein Beispiel, eine, eine, Anwendung, dieses, äh, Lammers von Zorn. Und zwar, wenn ich als M nehme, das geschlossene Intervall, äh, von minus 1 bis 1, also so, 0 bis 1, oder von 0 bis 1, und dann ist so, wenn ich jetzt irgendeine, äh, eine Teilmenge nehme, also das, das Ding, äh, hat ja eine, eine, eine Ordnung auf sich, aber wenn ich irgendeine, äh, eine Teilmenge nehme, äh, und sage, das ist T, dann ist, weil das, äh, die, die übliche Ordnung auf R ja sowieso schon eine Totalordnung ist, dann ist jedes T eine, eine solche Kette, ähm, und es hat jedes T auch eine obere Schranke, weil ich kann einfach das Supremum nehmen und in R gibt es immer das Supremum, das wäre also hier zum Beispiel das hier, jede Schranke hat also eine obere, äh, ja, jede Kette hat eine obere Schranke, in, äh, in M und dann sagt das Lämmer von Zorn, dann muss es auch ein Maximum geben, ja, natürlich, das gibt es auch, das ist die 1, das stimmt, also in dem Fall, das sagt das Axiom natürlich nicht, was das Maximum ist, sondern es sagt nur, es muss 1 geben, das ist, äh, das ist hier also ein bisschen zu einfach vielleicht, hier ist wieder etwas, das ist ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen lustiger, äh, ein bisschen mengentheoretischer auch, und zwar nehmen wir irgendeine beliebige Menge, als Grundmenge, und nehmen als das M die Potenzmenge davon, das heißt, M ist die Menge aller Teilmengen von A, und wir nehmen hier, äh, die, äh, Teilmengenbeziehung als Halbordnung, das ist dann tatsächlich eine Halbordnung, wo nicht alles mit allem vergleichbar ist, und es ist trotzdem so, wenn ich, äh, irgendeine Teilmenge habe, mit der Eigenschaft, dass innerhalb, also, das wäre dann auch wieder, eine Menge von Teilmengen von A, aber nicht irgendeine, äh, Menge von Teilmengen, sondern so, das für je zwei Elemente, das eine im anderen enthalten ist, ja, und dann gibt es eine, äh, dann gibt es, äh, eine Menge, in der Potenzmenge, so dass, äh, ja, da gibt es so eine obere Schranke, eine, äh, da gibt es eine, äh, Menge, so dass, äh, 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 alle, äh, alle Elemente der Kette da drin sind, und zwar kann ich einfach alle Elemente der Kette vereinigen, ja, und das wird dann natürlich so sein, dass dann jedes U aus T, also ich mache hier die Vereinigung über alle T, äh, alle U aus T, und natürlich ist dann jedes U aus T, ist dann da, er ist dann da, äh, drinnen enthalten, weil so war das S ja gemacht, und natürlich ist das auch eine Teilmenge von, äh, äh, und damit ein Element von der Potenzmenge von A, und das ist ja M. Damit sind also die Voraussetzungen des Lämmers von Zorn erfüllt, und dann kann ich jetzt sagen, dann gilt also auch die Behauptung des Lämmers, wenn ich das Auswahlaxium glaube, äh, und das sagt, es gibt also eine, äh, Menge, in der Potenzmenge, äh, die, äh, so, die irgendwie die größte ist, in dem Sinn, dass es dann nicht noch eine größere Teilmenge gibt, naja, und das ist aber auch wieder, in dem Fall einfach zu sehen, welche das ist, das ist die Menge A selbst, also A ist eine Teilmenge von sich selbst, aber es gibt keine größere, keine noch größere Teilmenge, also in dem Fall, äh, ist die Aussage des, äh, Axioms wieder glaubhaft, ähm, 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 und, äh, auch gar nicht so schwer einzusehen, äh, wenn man sich mal durch die vielen Begriffe, die darin vorkommen, durchgewühlt hat. Und, äh, der, äh, Basissatz, der ist so ähnlich wie dieses Beispiel. Schauen wir uns an, was der sagt. Der Basisergänzungssatz sagt, ähm, also das ist, es ist ja so, ähm, man muss vorher nochmal anschauen, wie war das mit, äh, mit, äh, der, der, die Menge, wenn, wenn ich einen Vektorraum habe, V, äh, dann ist V immer ein erzeugendes System von sich selbst, und ich frage mich, gibt es noch, gibt es noch kleinere erzeugendes Systeme, ja, zum Beispiel dieses, äh, und ich werfe immer irgendwas weg, und ist es dann immer noch ein erzeugendes System? Ähm, und wir haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, ich kann aus dem erzeugenden System irgendwann vielleicht nichts mehr wegwerfen, aber da habe ich ein kleinstmögliches erzeugendes System. Ähm, ja, eins, zwei, drei, vier, so, und umgekehrt haben wir gesagt, äh, die, die leere Menge ist immer linear unabhängig, aber zu einer linear unabhängigen Menge kann ich normalerweise nichts dazu tun, aber vielleicht dann doch, ähm, was haben wir, hier nennen wir das hier vielleicht, eins kann ich vielleicht noch gerade noch was dazu tun, und vielleicht kann ich dann immer noch was dazu tun, das bleibt immer noch linear unabhängig, bleibt linear unabhängig, B3, und bleibt linear unabhängig, und hier habe ich dann jetzt vielleicht eine Menge erreicht, sodass, äh, äh, ich da jetzt nichts mehr dazu tun kann, also, wir haben gesagt, eine Basis habe ich dann erreicht, wenn ich eine größtmögliche linear unabhängige Menge habe, oder ein kleinstmögliches erzeugendes System, und die Frage ist jetzt, treffen die sich? kann es sein, dass ich das eine, ähm, dass ich das eine immer größer mache, und das andere immer kleiner, aber ich, ich, ich renne hier gegen eine Wand, und hier auch gegen eine Wand, und da ist Wasser dazwischen, das wäre doof, und der Satz sagt, das passiert nicht, sondern, es gibt immer eine, äh, Basis, und zwar sagt er das so, dass, wenn Sie von irgendeiner, ähm, linear unabhängigen Menge A ausgehen, zum Beispiel von der leeren Menge, muss aber nicht sein, das ist ein bisschen allgemeiner, also, wenn Sie irgendeinen Vektorraum haben, und eine linear unabhängige Menge, dann gibt es eine Basis, die diese linear unabhängige Menge enthält, das ist also deshalb, sagt man, der Basisergänzungssatz, der sagt, ich kann jede linear unabhängige Menge, von Vektoren, zu einer Basis ergänzen, also für jede linear unabhängige Menge, gibt es eine Basis, die diese linear unabhängige Menge enthält, und das bedeutet, ich kann hier in so einer Kette, äh, immer so weit gehen, bis dass sich das hier tatsächlich, an einer Basis stabilisiert, und ich sage, okay, da geht es jetzt nicht mehr weiter, das ist eine größtmögliche, linear unabhängige Menge, und damit eine Basis, so, dann schauen wir uns das an, warum das so ist, Beweis, und zwar müssen wir jetzt schauen, wir wollen das Lemma von Zorn verwenden, und dazu brauchen wir jetzt, dass ein geeignete, ja, eine geeignete Menge M, und zwar folgende Menge M, das ist eine sehr große Menge, dann schreibe ich sie groß, die Menge aller Teilmengen, ich mag die Variablen so bezeichnen, wie im Skript, also Menge aller U, für die gilt, A ist in U enthalten, und U ist in V, und U ist linear unabhängig, und, äh, wir zeigen, so die Idee ist, das M zusammen mit der Teilmengenbeziehung, die, äh, ähm, Voraussetzungen, äh, des, äh, Lemmas von Zorn erfüllt, also das, gehen wir mal auf die To-Do-List, äh, und dann, wenn wir das Lemma von Zorn glauben, muss also dann auch die Conclusion gelten, äh, dann gibt es also in M ein maximales Element, nennen wir das B, also B ist ein Element von M, und hier, naja, das, das, was ist denn das hier, das hier ist eine, ähm, 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 Teilmenge von der Potenzmenge von V, also V, in einem Vektorraum stellen wir uns meistens etwas sehr Großes vor, die Potenzmenge, boah, die ist dann natürlich noch viel größer, und das M ist eine Teilmenge davon, ja, das ist eine Menge von, äh, das ist eine Menge von, äh, Mengen von Vektoren, eine Menge von Teilmengen von V, so, und, äh, äh, dieses maximale Element, von dem zeigen wir dann, dass es eine Basis ist, aber das können wir jetzt gleich machen, das ist relativ einfach dann noch, dieses Element, ein solches Element, ist dann eben, nach der Maximalität hier, äh, ist es ein, eine Menge, die ist linear unabhängig, weil es ist ja ein Element von M, dann muss es also auch so eins von diesen Us sein, es ist also linear unabhängig, und es ist so, dass wenn ich noch irgendwas hinzugebe, dass es dann linear abhängig wird, weil das ist die Maximalität, also heißt eine, äh, maximale, also sagen wir eine, äh, vorher haben wir gesagt, eine größtmögliche, äh, linieunabhängige Teilmenge von V, und damit haben wir gesagt, das war eine der äquivalenten Bedingungen, die wir vorher hatten, in dem Satz, äh, in dem Satz vom letzten Mal, ähm, ähm, also eine Basis, ähm, okay, das heißt, was wir jetzt mal machen müssen, ist dieses To-Do hier, wir müssen zeigen, dass diese Menge M hier, zusammen mit der Inklusion, die Voraussetzungen des Lämmers von Zorn erfüllt, also das To-Do, also das To-Do, ist zu zeigen, was ist zu zeigen? Für jede total geordnete Teilmenge, also für jede, Teilmenge, T von, äh, 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 für alle, äh, u1, u2 aus T, gilt, u1 ist in u2, oder u2 ist in u1, gibt es in M eine Menge, nennen wir sie S, mit der Eigenschaft, dass, äh, für alle u aus T gilt S, nein, u ist in S enthalten, ja, also das heißt, für jede, äh, für jede total geordnete Menge, das hier heißt total geordnet, gibt es eine obere Schanke, so eine Menge S. Okay, das zeigen wir jetzt, also sei, äh, 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 zu T in M, so einer Menge, betrachte, ähm, S gleich, die Vereinigung von allen, dieses T hier ist ja eine Menge von, Teilmengen von V, dann nehmen wir jetzt die Vereinigung von den, die Vereinigung von allen u's aus dieser Menge, und dann gilt klarerweise, natürlich, für alle u aus T gilt u ist in S, naja, klar, weil das ist ja die Vereinigung von allen denen, das heißt, jedes, jedes Element, was in u ist, ist hier mal in der Vereinigung, man hat das mal mitgespielt, das heißt, das muss in dem S drin, äh, und dann, dann sind wir aber fertig, und das schaffen wir dann vielleicht nur mit einem, klein bisschen Überzug, äh, bleibt zu zeigen, S ist in M, was muss ich dazu zeigen, äh, was ist denn die Teilnahmebedingung für die Elemente von M, naja, es ist, äh, äh, es muss, es muss a enthalten und in v enthalten sein und linear unabhängig sein, nur, dass es a enthält, ist klar, weil jedes von diesen u's enthält ja das a, das heißt, das a in, s ist klar, und außerdem ist jedes u in v enthalten, ähm, und, äh, ja, dann ist die Vereinigung von denen natürlich auch in v enthalten, äh, also das hier ist klar. Die Frage ist, warum ist das linear unabhängig? Also, äh, zu zeigen, jetzt dann immer noch, ist, äh, S ist, äh, linear unabhängig. Und da kommt dann diese Bedingung hier ins Spiel. Das geht dann nämlich so, äh, äh, seien v1 vk in S beliebig und, ähm, ja, und alpha 1 bis alpha k in k so, dass, das ist jetzt wieder ein linear unabhängigkeitsbeweis, alpha 1 v1 plus 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 alpha k vk gleich 0 und dann ist zu zeigen, die alpha sind alle 0. Alpha 1 bis äh, alpha k ist gleich 0. alle 0. So, und jetzt das, der springende Punkt ist, das sind endlich viele. Also, jedes, äh, vi liegt in einem ui, das in t liegt. Äh, also, v1 liegt in irgendeinem u1 und v2 liegt in einem u2 und das vk liegt in einem uk und es ist außerdem so, das t ist total geordnet. Für je 2 ij gilt ui ist entweder in dem uj oder uj ist in dem ui. Das heißt, diese Mengen, die liegen, die können sich nicht komisch überlappen, sondern, äh, die kann ich anordnen, so, dass jedes das nächste enthält und insbesondere muss es dann eins geben, was alle anderen enthält. Also, daher gibt es ein Maximum, die kann ich irgendwie sortieren, die Menge, äh, gibt es ein, äh, i in 1 bis k mit der Eigenschaft, dass, äh, jedes u, jedes von diesen u's in dem ui liegt. Ja, weil, dadurch, dass ich eine Totalordnung habe, kann ich die sortieren, so, dass jedes im anderen enthalten ist und weil es nur endlich viel ist, es muss dann das letzte von denen, wenn ich die sortiert habe, äh, alle anderen enthalten. Oh, das heißt aber, dann dieses ui muss alle diese Vektoren enthalten. Nun ist aber das ui ein Element von t und t ist eine Teilmenge von m. Das heißt, das ui erfüllt die Teilnahmebedingungen von m zu denen gehört, dass es linearunabhängig ist äh, und da die, da das ui linearunabhängig ist, ja, müssen diese Vs, die da drin leben, auch linearunabhängig sein, weil, ob die Vs jetzt Elemente von der Menge oder Elemente von einer anderen Menge, ist es egal, die Vs sind die Vs, entweder sind die abhängig oder sind sie nicht abhängig, sie sind also eben nicht abhängig, weil sie in dem ui leben, ja, dann sind sie hier auch nicht abhängig. Und dann müssen die Alphas 0 sein. So, und dann sind wir fertig mit diesem Beweis und haben also gezeigt, jeder Vektorraum hat eine Basis. Entschuldigung fürs Überziehen, Sie kriegen die Minuten irgendwann zurück. Danke für die Geduld, bis zum nächsten Mal. Danke für die Geduld.